ja liebe leute und damit ganz herzlich willkommen zu einem ja ich sag mal klein special denn wir sind hier gerade bei gta san andreas multiplayer mit dabei hier der chamber unter jonas so erst mal hupen und wir sind hier gerade auf irgendeinem server die ip wird wahrscheinlich unten in der beschreibung stehen und wir haben wir sind hier trucker und wir werden jetzt einfach mal alle unseren job machen wer ist hinter mir? wir müssen hier hinten so eine Reihenfolge bilden ja mach denn Paddy kommt nachher auch gleich ich hoffe der wird jetzt hier nicht gleich gegen den TS kommt wenn ja dann ist mir egal dort ist viel zu schnell die zielführende Stuttgart jetzt auch das schiebten jetzt weg die Städte so kommt mit aber nicht so schnell ja sorry ich hab halt so gut 149 ich will schon ein bisschen umschlubs der will mich wegkrampt so komm jetzt da war gelb okay Jonas fährt ey man bist du so ein mongo ey jetzt hast du mich voll wegdrückt oh scharfe Koffe l wieviel alt weil du bist immer wieder losgefahren ist um der Tunnel ist etwas zu niedrig ich bin gerade oben angestoßen sind so zu können hier ist es schon mal verheiratet er hat er hat er gebeten bei der mir zu haben er ist nicht so weit er wird nicht mehr hier und was hinkrieg gewählter Flug Flucke Dings fahren was machst du die müssen wir fahren es müssen die Liga er solltet aber noch gar nicht weiter voll weggetränkt hat die mich nicht zugekuckt wie ich darum geht die folgenden abwärts er hat gesagt er lässt mich Kann man jemand zurückfahren? Kann man jemand zurückfahren? Und jetzt wohin? Folgt mir einfach Mann, Jonas, ohne Witz Mann, mein Truck ist schon voll am Arsch, ey Echt? Ja, wir gehen eh gleich mit fern Wir gehen eh gleich mit fern Ach, das ist dann immer meiner, oder was? Ja Oh, oh Gott, bist du schlecht Ich hab voll gelenkt, aber der nimmt die Kurve einfach nicht Fahrt einfach die Straße und glaub Ja, wir sehen dich Als unsere Autos sind glaub' irgendwie weg, oder? Ja, ne, meins wurde nur geklaut Oh, 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 oh Jamba, du stich, geh auf meinen Platz Ich glaub' die Lenkung ist am Arsch Jamba Warte Ja, und jetzt? Was? Was muss ich jetzt machen? Ähm, schrägstrich Warte Ähm, macht mal schrägstrich stuff Stuff, okay Okay, und jetzt? Dieser Befehl existiert nicht Mit Doppel F Hab' ich Dieser Befehl existiert nicht Achso, dann stuff Lücke get Und dann Lücke 10 Dieser Befehl existiert nicht Dieser Befehl existiert nicht Hä, warte Mach mal schrägstrich job help Jo Du bist Trucker Begib dich, äh, raus aus Warte, stopp, 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 stopp In der, in der vorletzten Zeile Ganz, ganz rechts steht ein Befehl Ja, da steht's Achso, stuff mit, mit, mit U Ja Was sagtest du? Mit A Ja, ich auch Ah, okay, ich, ich, ich bin jetzt voll Okay Ich bin auch voll Jetzt hört mir hinterher Hä, aber Mann Warte, warte, warte Hörst mal den abdrängen Muss erst mal hier ausparken Ja, macht das Kommt mit Kommt mit Das Du bist das Das braucht euch sogar kaputt zu machen Das hat gerade, das hat gerade tausend Euro bei euch abgezogen Und wenn's das kaputt geht, dann findet ihr diese tausend Euro nie wieder Oh Und ich bin noch bei 800 Ich dachte, Juli, wenn du mich kaputt machst Haha, du überholst mich je nicht Ja, ich kann immer 100 fahren Doch, jetzt fahr ich 100 Ja So, ach, das Ding fährt genau 100 oder was? Ja Oh, oh, Laterne, Aua Mit 100 kann man noch nicht geblitzt werden Okay Mann, der fährt nicht schneller Oh, Zug Oh, oh, oh Pass auf, Zug Wo? Ah, ah, ah Ich hab doch noch gesagt, Zug Hab ihn nicht gehört Jo, die bleibt 10cm vor dem Zug stehen Alter, Jonas Nein, nein, nein Scheiße Äh, okay, das ist jetzt ein bisschen kalt Versuch einfach nach rechts zu kommen Oh Mann, ey Versuch hier auf die rechts, hier in Richtung Norden zu kommen Mhm Wir warten hier auf dich Ja, wir warten nicht weiterfahren Juli, da kommst du Wir dürfen nicht mitten auf der Straße anhalten und rechts ran fahren Doch Ach, da ist er ja schon So Alter, ich fahr 55 Einfach die, der, 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 den Verlauf der Straße zu folgen Ich fahr ein bisschen vor Ja, ja Ich fahr ein bisschen rumklusen Ich fahr ein bisschen rumklusen Wie viele Missionen hast du denn schon gemacht, dass du den besseren Lkw fahren kannst Ähm, warte Ey, Party ist online Und, scheiße Warte, äh, ich glaub ungefähr 150 Mal Was, bist du, bist du gefahren? Ja Was? Hier, da fährt jemand mit dem Fahrrad, ich will ihn um, umfahren Wo? Ich hab Schaden bekommen, weil ich ihn umfahren wollte Äh, 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 äh Warte, wo fährt einer? Klar, Fahrrad Nichts Egal Der Typ steckt fest, sollen wir den helfen? Wo denn? Nö, helf ihm nicht Oder? Sollen wir helfen? Nein So, wartet Hätte ich jetzt ganz nah hinten mich ran Wir müssen gleich alle Gas geben Okay Stopp, stopp, doch nicht, doch nicht, doch nicht Das steckt bei mir ein Ja, bei mir Los, fahrt, 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 fahrt Das ist illegal Jawoll Jeder müsste eigentlich, äh, Maut bezahlen Irgendwie 250 Dollar Aber wir sind einfach alle Ähm, hinter uns kommt ein Flugzeug Egal, ist nicht schlimm Ich glaub, das will auf, ich glaub, das will auf uns landen Nein, nein, hier ist ein, hier ist ein, äh, das, das Pilot Achso Scheiße, war die Polizei Was, Wolf Polizei? Links Oh Ich warte auf euch Wir haben einfach mal geschmuggelt grad Alter, weil ich das steckt bei mir ein und dann fragte, darf ich mit Ja, toll, du kannst ihn rauswerfen Wie, wie? Schrägstrich, er jegt und dann, äh, hinter seinem Namen steht eine Nummer Dann hier Nummer und da wird er rausgebrochen Hallo Wie meinsch, er jegt? Wie schreibt man's? Er jegt Er jegt Er jegt Okay, warte Und was für eine Nummer hat er hinter seinem Namen? 38 Da musst du 38 schreiben Ich hab ihn, ich hab ihn aus dem Auto geworfen Ja, ich hab ihn dann Ach, das ist nur an Ich hab mich angelesen Ich hab vielleicht gehört, so ein Mungo Scheiße Ich bin noch bei 730 Was sollte denn? Okay, dann fang wir Euch wir müssen lieben ja ja nein wir müssen noch ein bisschen weiter hier müssen wir wo das will man umfahren dort wo ich bin da ja und ich hab den Tankforce umgefahren hallo ich auch in den roten Kreis fahren warte Scheiße es ist irgendwas vor mir er will den Truck fahren er will den Clown er will den Clown er will den Clown so nein nein er will den Truck Clown von euch was mein ja euren woher willst du das wissen weil er die ganze Zeit dem Truck hinterher rennt komm schnell abhauen schnell 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 da kannst du nicht mehr fahren komm schnell fahrt mir hinterher was wenn der mein Truck klaut dann kann ich nicht mehr fahren ja er könnte einsteigen und dich rauswerfen Jonas was Wollt ihr nicht lieber zusammen mit einem Auto fahren? das ist weniger nein nein das ist so lustiger nee ich will selber fahren das ist richtig weil sonst geht es kaputt nein 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 ich will nein 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 du musst wieder zur Truckerstelle fahren aber ich habe jetzt mein gps ja da hinten hier an der tankstelle ja so ist in die tankstelle reingefahren wärst du halber ne halt ist gar keine tankstelle der ist das so volle kann ich war dann zu schräg drin und dann war der jumper wo müssen wir jetzt hin komm mit wir zurück wo wir geld bezahlen mussten okay